Juhu, da sind wir wieder. Immer noch im U-Bahn-Schacht-Schächten. Was? Unterschlupf im Untergrund. Ah, im, naja, genau. In Gotham City. Ich lerne es noch. So, genau. Ja, wir kämpfen immer noch gegen den riesigen Joker-Roboter. Ach, das ist das Licht. Der Joker-Roboter. Oh, ein Mikro, ich dachte, das wäre ein blauer Star. Das Licht? Ja. Hihi. Hä, wieso ist da noch was kaputtbares? Ich dachte, wir hatten alles. So, haben wir die... Ne, 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 äh, du gehst vor. Ich bin geschwächt, geh du vor. Check the point! Speichern. Ähm, irgendwie Batman, ich ähm, weiß nicht. Du stehst da so am Rand, nicht, dass du runterfällst. Was passiert denn, wenn man runterfällt? Man kann gar nicht runterfahren. Okay. Ich bin kaputtgegangen? Ja. 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 Something, something... ...destroyed you. Äh, da musst du runhacken. Aua. Cool. Cool. Ah, jetzt kommt hier rein. Was macht denn da? Ich schneide da irgendwie rum. Was ist denn das für ein Strahl? Ist das irgendwie eine Abwandlung von diesem, der schwarze Sachen kaputt macht? Okay, ich gehe oben rum. Denke ich. Ich muss da kurz rumschleiden. Ja, du kannst ja gleich mal unten gucken. Ich gucke derweil oben. Okay, alles klar, alles klar. Oder auch nicht. Vielleicht warte ich kurz, bis du auch so weit bist. Oh, du bist nachgespawnt. Ja, naja, gut. Dann hoffe ich, dass da kein Minikit war. Hier könnte eins drin sein, oder ein Anzug für dich. Scheint mir eher ein Anzug für dich zu sein. Vielleicht der Elektroanzug. Der wäre jetzt echt praktisch. Ja, der wäre jetzt angebrannt. Aua. Yeah, ich bin Slide-Man. Ich bin erstmal vorbeigesprungen. Ich slide ein bisschen. Okay. Slide mal ruhig. Ich kümmere mich schon. Und nächste Cutscene. Schwiggern. Oh, wir sind... Da ist ein Minikit. Das ist das Minikit, ja. Wir kommen da ran. Das ist da bestimmt wieder irgendwie... ...so, dass wir da nicht rankommen. Da hätte ich wahrscheinlich nicht den Hebel ziehen dürfen, ne? Keine Ahnung. Passt schon. Die Minikit sind fürs freie Spiel. Ach so bewegt. Sorry. unter schlupf im untergrund abgeschlossen viele stats gesammelt bürger in gefahr gab es dann zwei wir haben ja noch nicht mal ganz ein fünftel nicht mal 20 prozent so dass der joker robber roboter crazy camera drive ried am rathaus mir wird schlecht so wir sind jetzt wieder zwischen den mittels wie du willst ich mach mal so und du machst mal wie du willst kennt ihr das nach einem krassen arbeitstag let's place aufnehmen einfach so ein richtig schönen schluck tolles getränk sich einverleiben wo schreit er denn schon wieder sind wir noch in der nähe von der kathedrale weil wenn ja noch ist das was macht man denn da muss man den hydranten abkloppen oder was kann man den hydranten anbattle rangen vielleicht das ist ein zivilist und den typen oh warte dann musst du zu super einswitchen und das wasser einfrieren auf dryag auf y versuche ich geht nicht geht nicht ja weil bestimmt weil da der typ steht also hier ist und dann du kannst ja dann Ja, dann bleib doch einfach da. Niemals! Okay. Ich hab Feierabend. Das kann man nicht verkloppen. Oh, ist das schön, keine Hilfe mehr im Ohr zu haben die ganze Zeit. Ist schon ein bisschen bequemer dann, oder? Außerdem gab das einen Golden Stirt. Von dem wäre ja auf jeden Fall DGR Guarantee mäßig alle 250 im Let's Play holen werden, ne? Schmeiß doch hier nicht immer so Torten oder Wackelpudding rum. Das ist ja widerlich! So Unbatterangen. Die Ampel ist... Ich glaube die Ampel ist verwirrt. Darf man jetzt fahren oder nicht? Oder doch oder was? Ist ja auch egal, ist ja eh keiner hier, der bei Verstand ist anscheinend. Nö. Alle rennen irgendwie rum, schmeißen Hammer... ...und so weiter. Kennst du eigentlich den schon? Was denn? Hilf mir! Ey, es ist Batman! Ne, was? Aha. Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Oh, Herr Au! Hilf mir! Was da in den Müllcontainern versteckt? Da ist doch bestimmt ein goldener Stuff drin. Irgendwas leuchtet da doch. Oder nicht? Oder nicht? Oder nicht? Oder nicht? Oder nicht? Oder nicht? Vielleicht soll man einfach nicht die ganze Zeit im Müll rumgammeln. Das war der Müll. Oh, hörst du das? Ja. Vielleicht finden wir den noch. Wo ist gerade lauter? Da, 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 da. Im Mülleimer ist er. Oder? Da, 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 da. Das ist wieder weg. Ah, da, 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 da. Nice, du hast ihn gerettet. Ha! Richtig gut. Er wurde von so einem kleinen Robert oder Pinguin bedroht. Cool. Ja, das ist doch ganz nett, wenn wir da noch so ein paar Hilf-Mir-Typen finden. Wenn du noch einen findest. Also, ich fände es sehr nice. Ach, ich dachte, die würden dich so nerven, du. Ja, deswegen ja. Wenn du die immer befreist, nerven die ja nicht mehr. Dann schreien die ja nicht mehr. Schnapp sie! Huah! Das ist kaputt, das Taxi, glaube ich. Da ist was im Rohr. Kann man wahrscheinlich gar nicht rein, oder? Nö. Mann, das sieht so verlockend aus. Van-Man! Huah! Lustig. Du läufst auch grad einfach irgendwo hin, oder? Ja. Okay, sehr gut. Das finde ich gut. Mal ein bisschen die Stadt erkunden. Wo sind wir wohl hier gerade? Sieht irgendwie so ein bisschen industriegebietig aus. Aber irgendwie sieht Gotham sowieso... Weiß ich nicht. Es gibt irgendwie keinen Platz, wo man denkt, ach, das sieht ja niedlich aus. Aber sind das ferngestaurte Hammer-Autos? Kannst du das fahren? Nee. Schade. Mann, jetzt bin ich Superman. Ich glaube, das ist grad cooler. Ja, ich wollte auch eigentlich einsteigen. Jetzt kann ich nicht mehr... Vielleicht... Hm... Irgendwo kann man da bestimmt irgendwas mitmachen, aber wie willst du mal den Schalter für finden? Mann, jetzt kann ich nicht mehr tauschen! Hm... Na ja, gut, dann... Wollen wir dann vielleicht einfach ein kleines Päuschen einlegen. Es ist schon wieder soweit. Ja, ich glaube, wir können uns ein kleines Päuschen gönnen. Und ähm... Ja, dann sehen wir uns... Ich will noch kurz den Wursch verkloppen. Das passiert nicht. In der Typen da vielleicht? Dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder. Ungefähr hier irgendwo in Gotham. Ähm... Und werden wahrscheinlich weiter den Joker verfolgen. Letztes Mal haben wir ja... Unterschlupf im Untergrund gemacht. Also, das ist das letzte Mal. Diese Folge haben wir das beendet. Und... Da werden wir nächstes Mal wieder anknüpfen. Also... Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Drückt auf Like. Schreibt einen Kommentar. Bimmelt die Glocke. Abonniert uns auf Twitch. Folgt uns bei Twitter. Äh... Kauft uns... Was Tolles. Und äh... Unterstützt uns bei Patreon. Äh... Was gibt's noch? Keine Ahnung. Zahlt unsere Miete. Oh ja. Und äh... Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüß! Tschüß! Tschüß. Untertitelung des ZDF, 2020